Der Operettenstar Johannes Hesters gewöhnt sich das Rauchen ab und das mit 107 Jahren. Manche haben in dem Alter 100 Jahre geraucht. Dann fängt man an, an die Altersvorsorge zu denken und merkt, dass die Zigaretten immer teurer werden. Johannes Hesters sagt, er hört auf, um noch lange mit seiner Frau zusammenzuleben. Weniger aus Angst vor den schädlichen Zigaretten als vor dem Wohnungsbrand. Morgen geht's weiter.